Das ist Herr Lehmann. Herr Lehmann mag seine Arbeit eigentlich sehr gerne. Doch in letzter Zeit türmen sich immer mehr Aufgaben auf seinem Schreibtisch. Oft sitzt er bis spätabends im Büro. Für seine Familie und Hobbys hat er kaum noch Zeit. Herr Lehmann fühlt sich ausgebrannt und denkt auch nachts viel über seine Arbeit nach. Auch Frau Richter kriegt seit Wochen kein Auge zu. In ihrem Briefkasten stapeln sich unbezahlte Handy- und Kreditkartenrechnungen. Zu allem Überfluss ist auch noch das Auto kaputt und muss repariert werden. Frau Richter droht in einer Schuldenfalle zu tappen und ist verzweifelt. Herr Lehmann und Frau Richter können aufatmen. Ihre Arbeitgeber haben das Lebenslagencoaching des PME Familienservice eingekauft. Sie wählen die Nummer der kostenfreien Hotline. Je nach Situation stehen Herrn Lehmann und Frau Richter systemische Beraterinnen, Coaches, Juristinnen oder Schuldenberater zur Seite. Und das rund um die Uhr. 365 Tage im Jahr. Vertrauen wird natürlich groß geschrieben. Ihre Arbeitgeber tragen die Kosten. Der Anrufer und die Inhalte der Beratung bleiben aber anonym. Mit Hilfe der Schuldenberaterin erstellt Frau Richter einen Haushaltsplan, einigt sich mit ihren Gläubigern auf Ratenzahlungen und weiß, wie sie die Autoreparatur bezahlen kann. Auch Herr Lehmann findet einen Ausweg aus der Stressspirale. Durch ein persönliches Coaching hat er viel über sich gelernt. Er strukturiert seine Aufgaben nun anders und nimmt sich bewusst wieder mehr Zeit für seine Familie und Hobbys. Herr Lehmann und Frau Richter sind erleichtert und froh zu wissen, dass sie jederzeit wieder die kostenfreie Hotline anrufen und sich beraten lassen können. Egal ob bei Partnerschaftsproblemen, psychischen Erkrankungen, Erziehungsfragen, Sucht oder Stress. PME Familienservice. Seit 25 Jahren Ihr Ansprechpartner zu Fragen der Work-Life-Balance. UB-Balance. 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 UB-Balance.